Es ist mal wieder soweit, Apple hat eine neue Beta seines Betriebssystems iOS 8 herausgebracht und in diesem Video wollen wir uns anschauen, welche Neuerung Beta 4 mit sich bringt. Viel Spaß! Beta 4 hat ungefähr eine Größe von 300 MB, auf dem iPhone 5S sind es etwas mehr, auf dem iPad Mini Retina etwas weniger, ungefähr 280 MB und da erwartet man natürlich schon ein paar Neuerungen und damit legen wir natürlich auch direkt los. Wie immer, es wurden ein paar Bugs gefixt, es wurde etwas an der Performance geschraubt, aber das ist natürlich nicht alles. Neuerung 1 ist nämlich schon direkt hier das Control Center. Das hat einen komplett neuen Look bekommen, ein wirklich komplett neues Design von der Art her ganz anders und ich hätte es auch so niemals erwartet, aber ich muss sagen, ich persönlich finde es sehr, sehr schick. Gerne könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Design haltet oder ob ihr das alte besser fandet, das interessiert mich mal, aber meine Meinung ist auf jeden Fall positiv. Von den Funktionen her hat sich im Control Center bisher nichts getan, eventuell kommt da etwas in Beta 5 oder 6, schauen wir mal. Also hier erstmal nur Designänderung. Eine weitere Neuerung finden wir in der Einstellungen-App, dort gibt es einen neuen Menüpunkt namens Anzeige und Helligkeit, da haben wir hier erstmal die Möglichkeit, die Displayhelligkeit zu regeln, Autohelligkeit zu aktivieren und dann können wir hier die Textgröße anpassen. Da gibt es hier einen Schieberegler, wir können das Ganze also nahtlos an unsere Bedürfnisse im Grunde anpassen und wir können auch noch fetten Text aktivieren, um das Ganze eben besser lesen zu können. Dafür muss man allerdings das iPhone neu starten. Etwas lustig ist, dass im Moment hier dieses obere Menüfeld, also zum Einstellen der Helligkeit, doppelt ist, wenn wir nämlich hier einmal zurückgehen und gehen dann hier auf Hintergrundbild, dann finden wir dasselbe hier nochmal. Etwas untypisch, ich denke da wird Apple eines der beiden Felder entfernen. Bei den bisherigen iOS 8 Betas befand sich auf dem Homescreen die sogenannte Bug Reporter App. Dort konnte man also, wenn man einen Bug gefunden hat, diesen an Apple schicken, damit er dann für die nächste Beta behoben werden kann. Die App wurde jetzt entfernt, dafür gibt es eine neue namens Tipps und dort kriegt man von Apple im Grunde jede Woche neue Tipps rund um iOS und eben sein iDevice und hier zum Beispiel im Moment noch auf Englisch, später garantiert auch auf Deutsch, wie man schnell auf eine Nachricht antwortet. Also hier gibt es dann für die Leute, die sich noch nicht so gut auskennen, die Möglichkeit, das ganz einfach zu lernen. Ebenfalls in den Einstellungen, dieses Mal unter dem Punkt Allgemein, finden wir eine neue Unterkategorie, nämlich Hand-Off und App-Vorschläge. Hand-Off ist ja dieses Feature, dass ihr Dateien, Webseiten und so weiter zwischen euren iOS 8 Geräten bzw. zwischen euren OS X Yosemite Geräten nahtlos und sehr, sehr schnell hin und her schicken könnt. Und da gibt es jetzt weitere Möglichkeiten. In der Beta 3 konnte man das Ganze schon deaktivieren und aktivieren und jetzt haben wir hier auch noch die Möglichkeit, die App-Vorschläge, die sich dann auf dem Lockscreen befinden, anzupassen. Wir können also hier meine Apps oder App Store an- bzw. ausschalten. In den Einstellungen der Nachrichten-App gibt es nun erweiterte Optionen, was mit Audio- bzw. Videonachrichten passieren soll. Wir können jetzt also hier einfach einstellen, dass diese nach zwei Minuten, nachdem wir sie angehört bzw. angesehen haben, gelöscht werden, um den Speicherplatz wieder freizuräumen oder aber, dass die nie gelöscht werden, außer wir machen das Ganze manuell. Das hört sich erstmal komisch an, aber es macht tatsächlich Sinn. Meine Nachrichten-App ist zum Beispiel mittlerweile über einen Gigabyte groß, einfach weil ich die Sachen nie gelöscht habe. Also es ist tatsächlich sinnvoll, das ab und zu mal aufzuräumen oder es automatisch löschen zu lassen. Wie ihr gerade gesehen habt, ist übrigens meine Einstellungen-App erstmal abgestürzt. Es ist eine Beta, das sind Sachen, die passieren. Darum schneide ich das jetzt auch nicht raus. iOS 8 Beta 4 läuft bisher sehr stabil, aber Abstürze sind natürlich immer noch nicht auszuschließen. Seit iOS 8 werden ja die Kontakte, die man oft verwendet, also im Grunde seine Favoriten, im Multitasking-Menü mit Name und Bild angezeigt. Und wenn man drauf tippt, kann man die direkt anrufen, antexten und so weiter. Bisher konnte man das nicht ausschalten, nun kann man es in der Einstellungen-App unter Mail, Kontakte und Kalender gibt es hier den Menüpunkt In-App-Umschalter und dort können wir das Ganze jetzt einfach hier deaktivieren. Und wenn wir jetzt das Multitasking-Menü aufrufen, dann könnt ihr sehen, da ist nichts mehr. Und noch eine kleine, aber neue Option in den Mail-Einstellungen. Dort gibt es jetzt hier den Punkt Streichgesten. Wir können also einstellen, was passiert, wenn wir eine Mail nach links beziehungsweise nach rechts wischen. Wir können also hier sagen, nach rechts, dann wird sie automatisch als gelesen markiert oder aber auch als wichtig markiert oder archiviert. Das kann man also alles einstellen und das ist auf jeden Fall auch eine praktische Sache. In den Einstellungen der Spotlight-Suche gibt es nun die Möglichkeit, die Bing-Suchergebnisse an- beziehungsweise auszuschalten. Und das ist nicht die einzige Neuerung, sondern eben auch, dass es sich diesmal hier um Bing handelt und nicht mehr um Google. Das heißt, Apple geht immer weiter von Google weg. Damals erst mit den Maps, wo sie ja ihre eigenen Apple-Maps herausgebracht haben und jetzt auch noch mit der Google-Suche. In den Einstellungen der mobilen Daten gibt es nun den Punkt EU-Internet. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Ganze bringt. Wenn wir Daten-Roaming aktivieren, dann können wir auch EU-Internet anklicken. Da gibt es auch einen kleinen Erklärungstext. Aber mir ist noch nicht ganz klar, welchen Nutzen ich da am Ende draus ziehe. Wenn das einer von euch weiß, gerne mal in die Kommentare damit. Klärt mich auf. Ich bin mir nicht sicher. Eine minimale Änderung, die ich aber der Vollständigkeit halber trotzdem erwähnen möchte. Auf der Tastatur gibt es ja hier unten dieses Smiley-Symbol, um eben die verschiedenen Tastaturen durchzuschalten beziehungsweise um die Smilies aufzurufen. Da war vorher immer ein lächelnder Smiley und jetzt haben wir einen freudig lachenden Smiley. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Mit iOS 8 Beta 4 gab es also einige kleine Neuerungen. Vor allem sind diverse Einstellungsmöglichkeiten beziehungsweise Optionen für verschiedene Apps hinzugekommen. Es wurden ein paar Designänderungen vorgenommen, vor allem natürlich hier beim Notification Center. Und alles weitere, wie sich die Akkulaufzeit verhält und so weiter, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Ich denke, dass die Akkulaufzeit noch etwas besser wird als unter Beta 3. Und auch da war es für eine Beta schon vollkommen in Ordnung. Es geht also alles in die richtige Richtung. Das war es dann von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.